Hier eine Extremwertaufgabe. Du möchtest mit 6 Meter Maschendraht in einer Wandecke einen rechteckigen Auslauf für dein Kaninchen abgrenzen. Frage, wie wählst du die Maße, damit der Flächeninhalt von diesem Rechteck größtmöglich wird? Wenn wir diese Seitenlänge x nennen, so beträgt diese Seitenlänge 6 minus x, also so. Wir suchen ein Maximum von diesem Flächeninhalt. Deshalb drücken wir diesen Flächeninhalt zuerst mit der Variablen x aus. Dieser Flächeninhalt beträgt natürlich x mal 6 minus x, so, also minus x Quadrat plus 6x. Und da wir von dieser Funktion ein Maximum suchen, leiten wir die Funktion ab und erstellen eine Zeichentabelle dieser Ableitung. f bringt von x, das macht minus 2x plus 6. Diese Ableitung wird 0 bei 6 halbe, also bei 3. Wenn x 3 ist, ist f' von x, also 0. Und da f' ersten Grades ist, schreiben wir rechts von der 0 das Vorzeichen der Vorzahl von x, also minus, und links von der 0 entgegengesetzt. Also so. Da wo f' streng positiv ist, da steigt diese Funktion f. Und da wo f' streng negativ ist, da fällt diese Funktion f. Und da f' drin, weil 3 selbst 0 ist, ist die Tangente bei 3 horizontal und somit haben wir ein Maximum für f bei der Zahl 3. Dieser Flächeninhalt wird also maximal, wenn diese Seitenlänge 3 beträgt. Und wenn diese Seitenlänge 3 beträgt, dann beträgt diese Seitenlänge 6 minus 3, also auch 3 und somit wird dieses Rechteck zum Quadrat. Die Maße sind also 3 Meter auf 3 Meter und das gesuchte Rechteck ist das Quadrat mit Flächeninhalt 3 mal 3, das heißt 9 Quadratmeter. Und somit ist diese Aufgabe schon beendet.